So, da sind wir auch schon wieder. Ja, ich bin, ich denke mal, wo sind wir? In der Nähe von Berenzino. Und wir treffen uns jetzt dann gleich wieder nach unserem super Ableben, was echt Spaß gemacht hat. Der Typ soll verrecken an den Kugeln, der soll eine Bleivergiftung kriegen. Ja, ist einfach so. Wir haben nichts getan. Wir haben nichts getan. Wir waren nur am Leben. So, hier schauen wir mal, was wir hier so finden. Ob da irgendwo eigentlich was zu finden ist. Und dann treffen wir uns nämlich an der eigenen Firma. Mann, die schöne Essen weg, die schönen Waffen weg, die schönen Maps weg. Aber naja. Ach, und die haben einen orangenen Hut. Der ist cool. Den ziehen wir doch gleich mal an. Und da ist was zum Essen. Ja, ich habe schon wieder meine erste Waffe. Was für eine erste? Eine doppelläufige. Okay, gut. Dann steht nicht gleich mal Schrot auf dem Ding brennen. Auf dem Pelz. So, dann haben wir hier eine Firma. Weiß nicht, ob wir da reinschauen sollen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum... zu dem Kamin von der Firma. auf mich schießen und nicht auf Zombies. Der Carlos. Ja. Ich bin der, falls du jemanden sehen solltest, mit der orange in den Käppi. Das bin ich. Ich habe mir gedacht, ich zeige jetzt mal Farbe. Geht es auf? Nein, geht nicht auf. Gibt es hier irgendwas? Da ist was. Ich glaube... Was haben wir da? Ne, da haben wir jetzt einen Bauarbeiterhelm. Natürlich nicht. Aber da ist irgendeine Armyjacke. Green Down Jacket. Eine grüne Daunenjacke. Ich habe jetzt ein paar Plätze mehr. Cool. Dann schauen wir mal da rein. Ich hoffe, da ist es nicht gleich wieder irgendwo jemand. Aber jetzt haben wir... Ah, Cola ist schon mal cool. Was zum Trinken ist immer gut. Das wäre jetzt da gleich mal trinken. Das, wenn mich jemand da schießt, ist eine beschissene Daunenjacke hat. Stifte brauchen wir nicht. Matchbox brauchen wir auch nicht, hast du gesagt. Das funktioniert eh noch nicht. Eine Clownsmaske brauchen wir nicht. Was soll man da? Was liegt da? Papier. Ne, brauchen wir nicht. Das ist das. Auf dem Tisch. Eine Batterie. Brauchen wir eine Batterie? Ey. Jetzt habe ich den aufgepasst, wenn wir gestartet haben. Vor ungefähr drei, vier Minuten. Das heißt, um 45 machen wir mal Cut hier. So, was haben wir da alles drin? Nicht. Bist du schon dran am... Fahne-Firma? Ja, ja, ich bin jetzt so 100 Meter vorm rot-weißen Kamin. Okay, dann komme ich hin. Ne, wo muss ich da jetzt lang? Wo ist der Kamin jetzt? Ah, da komme ich gar nicht durch. Ich muss wieder durch die Hütte reingen. Ei, ei, ei. So, wieder die Scheiß-Meldung mit Körn-Nord. Bla, 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 bla. So, ich bin jetzt am Kamin. Okay, ich bin im blauen Haus. Blaues Haus. Also im blauen Dingsbums, ne? Ah, okay, da oben, okay, gut. Ich warte jetzt einfach hier. Schau hier noch. Hier ist noch jede Menge Essen und Trinken. Okay. Ah, ich tausche gerade mal... Genau, meine Mütze um. Bisschen schwarze Mütze auf. Hast du noch Platz in deinem Rucksack? Ich habe keinen Rucksack. Oder in einer Jacke oder irgendwas? Ja, ich habe noch ein bisschen. Also ich komme... Das ist das kleine blaue Haus. Sehe ich das richtig? Ja, ja. Gut, dann komme ich da hin. Ich habe nämlich einen Büchsenöffner gefunden. Ah. Das ist ja fast wichtiger als eine Waffe. Scheiße, ich muss erst mal wissen, wie ich da außen rumkomme, dass ich... Ah, gehen wir mal da rein. Ich bin jetzt gerade in dem Nebengebäude von dir. Schau da noch ein bisschen um. Da ist aber alles leer. Ah ne, da haben wir was zum Trinken. Cola. Was ist eigentlich mit der Taschenlampe und Batterie? Braucht man die? Kann ich die wegschmeißen? Okay, was ist das? Die spiele doch nicht nachts. Braucht man einen Stein? Nein, der kannst du werfen. Kannst du Zombie werfen. Ja, toll. War ja die dann sehr beeindruckt sind davon. Genau. Sollen wir da? Ne, kaputte Orange, die wollen wir nicht. Die Schränke kann man auch nicht öffnen, gell? Oh, eine Wasserflasche. Die ist zwar kaputt, also da steht Ding, aber man kann ja trotzdem Wasser rein tun. Gut, so, dann komme ich jetzt runter und zu dir rüber ins blaue Haus. Da gab es doch noch mal eine Serie, oder? Das kleine bunte Haus, wie das hieß. Da draußen läuft Orange, bist du das? Ja, ich bin der mit der schwarzen Käppi und Daunenjacke. Warte mal da, was ist das? A Jeans, ne, die brauchen wir nicht. Was, warte, da liegt irgendwas. Ah, warte mal. Ah, das ist aber kaputt, Saline Bag. So, wo bist du? Da. Ja, gehen wir mal rüber in die Kneipe. Da war ich schon. Warst du schon? Da ist leer. Eine Dose Cola gefunden. So, wo sind wir jetzt hier? Geh, du mal da vorne in das rote Haus. Hier geht's rote Haus, okay. So, da haben wir jetzt. Oh, ho, 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 jetzt aber, jetzt wird's stylisch, du. Ha, voll die Sonnebrille gefunden, aber hallo. Jetzt können Sie abknallen, du, wegen der Sonnebrille, du, der Hammer, der Hammer. Die Hose brauchen wir nicht, da ist nix, da geht's nicht rein. Oder, da bist du auch noch mal reingehen, oder? Nein, geht nicht rein. So, dann schauen wir mal nach oben, falls es da einen oben gibt. Ne, gibt's nicht. Ah, da geht was auf. Probier mal auf. Hallo? Soll ich das hier aufmachen? Geht nicht. Okay, gut. Okay, da haben wir nix, außen eine Sonnebrille, eine richtig schön steilische. Bist du da? Ja, das bist du. Ah, Hochhaus, oh. Welches nimmst du, welches soll ich nehmen? Wenn wir überhaupt keinen, weiß ich nämlich nix drin. Echt? Nee, du brauchst was zum Essen. Nee. Ach, du Scheiße. Schaut verlockend aus. Ich nehm die grüne hier. Und jetzt habe ich schon wieder die grüne Kette. Die rote. Ah ja, die rote meine ich. So, dann schauen wir mal. Hallo, jemand da? Jemand zu Hause? Nein, da ist niemand zu Hause. Also dürfen wir alles mitnehmen, was wir finden. So, da ist aber nix. Da ist nix. Da ist nix. Hm. Hm, hm. Jo, wo dann? Wo gehen wir dann hin? Weil, da drin ist noch eine kleine Scheune. Gibt es in der Kirche irgendwas? Nee. Brauchen wir das Panzertape? Nein. Oh, und da ist ein Raub. Also Seil, glaube ich, heißt das. Musst du mal gucken, ob es Pristin ist? Nee. Dann lass liegen. Okay. 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 Hast du schon einen Rucksack gefunden? Oh ja, was ist das da oben? Ein Messer? Oder das? Nee, das ist ein Schraubenzieher. Hab's aber auch. Ich bin mit aufbauen. Okay. Aber warum kann ich den jetzt nicht nehmen? Hallo? Hallo? Habe ich ihn? So, ein Rucksack wäre jetzt cool. Ein Autobauer bei der Helm. Wo bist du jetzt? Ich bin in dem einen komischen Haus da. Warte mal, ich weiß gar nicht. Komische Häuser gibt es hier viel. Ja, warte mal, du müsstest mich jetzt nicht mal mehr auf die Straße sehen. Ja, okay. Seil, wo bist du? Hier, hinter dir. Na, okay. Gut. Guck mal, ich waff dir da mal was hin. Was ist das? Bohnen. Bohnen! Immer gut, her damit. Warum sind sie? Ah, da sind sie. Gut. Bohnen. Kannst du gleich ein bisschen futtern. Ja, ja, da geht aber nichts. Inspect steht drauf. Also, das muss ich erst öffnen, gell? Ja. Dann muss ich den Ding nehmen und hab. Und hab. Gut und eat all. Also, ich bin schon wieder energized. Ich bin wieder gerätet. Ah, bei mir weiß ich nicht. Zeige dir dann gleich, wenn sobald der fertig ist. Beim Essen. Und so, jetzt ist er fertig. Jetzt schauen wir mal. Ja, jetzt steht nichts da. Gar nichts. Also, passt eigentlich auch. So, dann haben wir weiter hier. So, aber jetzt mach ich mal hier einen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Teil. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.